Entwickeln Menschen im Alter Gelassenheit? Die Bestbesuchten von den Seminaren, die ich gebe, insbesondere von denen, die keine Yoga-Lehrer, Weiterbildung oder Ausbildung sind. Werden Menschen im Alter tatsächlich gelassener? Wahrscheinlich kann man sagen, für viele Menschen trifft das zu. Menschen, die eine Weile bewusst gelebt haben. Menschen, die zum einen vielleicht ein gewisses Gottvertrauen haben. Oder Menschen, die Erfahrungen gemacht haben. Die entwickeln im Alter eine Gelassenheit. Es ist allerdings nicht immer so. Manche Menschen verbittern im Alter. Manche Menschen werden ängstlich im Alter. Manche Menschen werden jährzornig im Alter. Manche werden zynisch im Alter. Wir können nicht sagen, dass alle Menschen gelassen sind im Alter. Aber man kann sagen, Menschen, die sich darum bemühen, Gelassenheit zu entwickeln und die den Sinn des Lebens darin sehen, anderen zu helfen und zu dienen, die den Sinn des Lebens auch darin sehen, persönlich zu wachsen, vielleicht auch den Sinn des Lebens darin sehen, sich spirituell zu entwickeln. Menschen, die werden gelassenen, Menschen, die den Sinn des Lebens darin sehen, Geld zu bekommen und mehr Macht und Einfluss zu bekommen, die werden weniger gelassen, insbesondere wenn sie die Ziele ihres Lebens nicht erreichen. Menschen, die den Sinn des Lebens darin sehen, ihre Kinder groß zu ziehen und vielleicht nachher zu Konflikten mit den Kindern gibt, die werden nicht gelassener, sondern wenn die Kinder vielleicht in Kontakt abbrechen, die werden eher verbittert. Letztlich ist eine Frage, vor welcher Warte aus lebt man sein Leben? Wie lebt man sein Leben? Diejenigen Menschen, die den Sinn des Lebens sehen, anderen zu helfen und zu dienen, sich spirituell zu entwickeln, in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln und Erfahrungen zu machen, die werden typischerweise gelassener im Alter. Und man kann sicherlich sagen, unter den spirituellen Menschen, unter Menschen, die regelmäßig meditieren, ja da gibt es die Gelassenheit des Alters.